Und herzlich willkommen zurück bei MystiQuest! So, wir können jetzt endlich zur Medusa hingehen. Ich schätze mal, dass da dann der Bosskampf ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Ah, verdammter Tintenkerl. So, das Tintenkerl. Ja, hier warten wir noch, bis das ausgeklunken ist. So, jetzt heilen wir uns nochmal komplett. Liebend, so. Ich nehme schon mal den Flammenzauber. An diesem Ort wirst du für immer ruhen! Ja, das war sowas so klar, dass sie hier kommt. Mein Gott, sie wirft uns mit Schlangen. Wirft uns... Hä, ich kann sie nicht treffen? Gott. Und die zieht sogar gute Energie ab. Ähm, ähm. Du wirst geröstet, Medusa. Nimm das. Irgendwie nervt mich das, dass ich sie nicht... Ach, egal. Und ich dachte schon, das Spiel hängt sich auf. Kommt wegen meiner Träne! Welch ein Witz! Ha! Mein Gott, wir haben die Träne nicht bekommen. Nein! Ich kann nicht eine einzige Träne finden. Lass uns nach Jahre zurückkehren. Aua! Was ist? Ich fürchte, die Medusa hat mich gebissen. Wer von ihr gebissen wird, wird selbst zur Medusa. Ich werde mich gleich in eine Medusa verwandeln. Bitte, nimm meine Träne und rette meinen Bruder. Kann nicht. Ich werde ein Monster sein. Den Verstand verlieren. Menschen verletzen. Bitte, bevor ich meine Gefühle verliere, bring meine... Träne zu Läster. Sag ihm, dass ich ihn liebe. Bitte. Zem, bitte. Nooo, wir mussten es tun. Tut mir leid am Montag, aber ich hatte keine Wahl. Nein, eine unserer guten Freundin musste sterben. Zem nimmt eine Träne. Nimmst du ein Dodo mit? Ja, nein, ich nimm meinen Schokobo natürlich mit. So, jetzt geht's zurück nach Yards. Und wie ich mir das vorstellen kann, ist da schon wieder ein neuer Dungeon. So, und... So, und... Ah! Die haben... Giftsehänden... Nein. Jetzt müssen wir sie nicht brauchen, kriegen wir sie. Ähm... Ah, perfekt. Hier bin ich richtig. Und... Wart auf mich! So, jetzt halten wir uns aber erstmal nochmal komplett. Und, äh, erstmal wieder ein paar Sachen verkaufen. Wir haben bestimmt mal wieder zu viele Objekte. Ja, das hab ich mir gedacht. Diese Träne behalten wir, die brauchen wir ja. Äh, äh, Pekel packen wir hier hin. Kann ich mir nochmal Schlüssel kaufen oder so? Verkaufen. Zähne können weg. Verkaufen. Ah, nein! Warum... Warum an einem leeren Feld verkaufen? So. Nein, verkaufen wollte... Nein, ich möchte nichts kaufen. Danke. Äh, äh... Das hier brauche ich nicht mehr. Macht keinen Sinn, wenn es nur noch eine einziges ist. Ähm... Ein Magita kann ich auch mal verkaufen. So. Jetzt müsste ich wieder etwas mehr Platz haben. Das ist gut. So kann das... So kann das erstmal bleiben. Wohl... Ne, ich lasse es nur noch mit dem Schlüssel. So. 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 Ah, geh weg! Das giftige... Ja, ist gut. Geh weg! Ach, verdammt. Ich wollte ja noch ins Hotel. Kann ich von hier so ins... Nein, natürlich nicht. Die Schatten sagen was anderes! Ernsthaft? Die Schatten zeigten so, als ob ich dorthin könnte. Äh, die... Ja, ich... Ja, ich... Ah! Ja, das interessiert mich nicht! Geh weg, Junge! Danke. Und jetzt nochmal einmal pennen. Hallo, eine Nachtlager kostet 10 Goldstücke. Ja, danke. Gute Nacht! Dü-dü... So, jetzt können wir dorthin gehen. So. 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 Und rein. Hoffentlich können wir wenigstens ihren Bruder retten. Nicht, dass das Papagei gegrillt oder verspeist wird. Da ist er! Achso, genau. Ich muss ja die Tränen ausrüsten. Träne. Sam verwendet Amandas Träne. Lester wird von Davias Fluch erlöst. Danke. Es fehlt mir schwer, dir zu sagen. Amanda hat sich für dich und alle geopfert. Für mich? Oh, Amanda. Willst du mir helfen, meine Schwester zurückzurechen? Ja, Lester. Danke. Gehen wir, Sam. Ein Geheimturm? Ein Geheimturm? Genau. Oh Gott, was kann er eigentlich machen? Musik wechseln? Na toll! Musik wechseln. Mein Gott, er ist Musiker. Na komm. Da gefällt mir dieser Turnier schon besser. Mein Gott, der kriegt dich nicht. Danke. Alles dunkel. Ah, Kürbiskopf. Tschüss, Kürbiskopf. Für Amanda. Stirbgegner. Und. You must die. Jetzt stirb schon. Feuer. Danke. Ah, übel. Super. Wieder vergiftet. Ah. Hier sind wie diese komischen Klecksgegner. Da. Jetzt stirbt. Bevor ich noch sterbe hier. So. Tschüss. Verschlossen. Na, Schlüssel. Dinge. Dinge. Die Schlüssel reichen. Schwarz Magier. Ich mag Schwarz Magier. Schade, dass ich die hier besiegen muss. Ah. Und stirb. Und warum hält dieses komische Feuer da zu viel aus? Tschüss. Und lass mich durch. Lass mich durch. Danke. Das ist doch schon wie eine Einladung mit dem Pickel dort. Was haben wir dort? Pickel. Hooray. Ich hab einen Pickel bekommen. So. Und. Bam. Ah, er ist verschwunden. Bist du hin? Da bist du. Ha. Na toll. Stimmt, wie der Pickel? Ja, das hab ich mir gedacht. Schwarz Magier. Ich besiege dich. Mein Gott. Ich sollte mich nochmal heilen. Boah, die ziehen mir auch, die ziehen mir auch verdammt gut ab. Aber ich mach jetzt erstmal wieder einen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Part. Und dann hoffen wir es, dass wir diesen Davidas, oder wie er auch immer heißt, auf Strecke bringen. Bis dann. AsAP- Geg chickens. App- Ich sch salad. Vielen Dank.